Das Asylbewerberleistungsgesetz begrenzt die medizinische Versorgung für Flüchtlinge auf die Behandlung akuter Erkrankungen. Auf Heilung chronischer Leiden oder Vorsorgeuntersuchungen gibt es keinen Anspruch. Damit dies rechtlich funktioniert, wurde im Aufenthaltsgesetz das Grund- und Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit eingeschränkt. Diese Schlechterstellung führt immer wieder zu schweren Notfällen, da erst im Spätstadium oder bei starken Schmerzzuständen eine Behandlung erfolgt. Ohne Früherkennung und entsprechender Versorgung sind die letztendlichen Behandlungskosten wesentlich höher als bei normaler Grundversorgung. Auch ein Problem, Krankenscheine werden nicht quartalsweise ausgegeben, sondern müssen für jeden Arztbesuch neu beantragt werden. Der zusätzliche Zeit- und Kostenaufwand führt vielfach dazu, dass Krankheiten verschleppt werden, wodurch diese chronisch werden können. Ohne Bewilligung kann ein Flüchtling nicht zum Arzt gehen und er darf auch nicht selbstständig einen Krankenwagen rufen. Das heißt, über die medizinische Versorgung eines Schutzsuchenden verfügen vollkommen fachfremde Personen, wie zum Beispiel ein Heimleiter oder eine Sachbearbeiterin des Sozialamts. Diese Praxis führte in der Vergangenheit immer wieder auch zu Todesfällen oder lebenslangen schweren gesundheitlichen Schäden. Selten jedoch gelangen derartige Vorfälle an die Öffentlichkeit. Eine Ausnahme ist der Fall des damals 15 Monate alten Leonardo im Erstaufnahmelager Zirrendorf. Obwohl sich bereits schwarze Flecken auf Gesicht und Körper des Kindes ausbreiteten, verweigerten Pförtner und andere Mitarbeiter des Lagers, einen Krankenwagen zu rufen. Nur mit Hilfe eines zufällig vorbeikommenden Autofahrers konnte die Familie ihr schwer krankes Kind zum nächsten Ärztezentrum transportieren. Dort wurde Leonardo zwar in letzter Minute gerettet, doch mussten ihm aufgrund der verspäteten Einlieferung mehrere Körperteile amputiert werden.